Dann lass uns gehen. Nein, ich ziehe bei uns das. Kann ich dich kurz sprechen? Ich wüsste nicht, was wir uns noch zu sagen hätten. Bitte. Ich habe mal ein paar Getränke fertig. Was willst du? Mich entschuldigen. Dir alles erklären. Bitte hör mir kurz zu. Das, was ich neulich im Schneider zu dir gesagt habe, das habe ich nicht ernst gemeint. Ich wollte dich nicht bloß fraglegen. Du bedeutest mir mehr als irgendein Mensch auf dieser Welt. Was ist denn das schon wieder für eine kranke Nummer? Hast du immer noch nicht genug? Lydia, ich würde alles für dich tun, damit du mir verzeihst. Ich liebe dich. Hör auf. Es ist aus. Lydia, ich weiß, ich habe dir wehgetan, aber... Ja, hast du. Und ich habe endgültig genug von dir. Also lass mich in Ruhe. Hey! Auch wenn du mir nicht verzeihen kannst, bitte lass dich nicht auf den Typen ein, um mir eins auszuwischen. Wie bitte? Der prallt doch damit rum, dass er jeden Tag eine andere flachlegt. Hey. Ausgerechnet du wagst es mir zu sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe? Ausgerechnet du? So habe ich das nicht gemeint. Steht dein Angebot von eben noch? Wir dürfen eins, dass wir... Klar. Ja, dann lass uns gehen. Mit dem größten Vergnügen. Du kommst doch sicher ohne mich klar, oder? Bestens.